So, hi Leute, willkommen zurück zur nächsten Folge von, also zur nächsten Aufnahme-Session von, äh, dem ist hier, ne? Borderlands ist eigentlich nicht die nächste Aufnahme-Session, sondern kurz nach der Pinkelpause. Kurz nach der Pinkelpause. Die Pinkelpause ist vorbei, Session. So, hier kommen bestimmt gleich irgendwo Gegner. Irgendwelche Dänger oder Magen oder so. Was kommt? Da, für recht. Wow. Das ist hier so, so. Schlechtjahrs Kästen wussten sie sich doch noch einmal für den finalen Kampf aus Buschel heißt ich weiß nicht ob das der finale Kampf ist aber das wird darum möglich weiter das Ding ist lustig 98 mal 7 die würde ich sonst nehmen wenn es keiner braucht ja nimm sie mit ja du hast doch vorhin schon eine Studie ja wie du mal die Schussfolge an von der Pistole das ist eine Pistole wohlgemerkt ja alter ja doch zwei Schussballers ich glaube das würdest du eh nicht mögen die Schrote hier renn mir doch nicht mehr an der vor die Flinte was meinst du wie oft das bei mir stattfindet das ist mir eine halbweise fast ziel oder ja 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 ich brauch irgendwann wieder einen Muni-Automaten ja hier hast du so ein Ersatz mit dem Waffenpiss ja ja das hilft epische sirenen gelumpe und epische alter ist egal könnte sagen es war eine sirenen truhe so zu sagen das safe point ist sehr seltsam dass sie hier in so schnellen abständen und da unten kommt die ich ja mit sicherheit viel kommt jetzt nicht mehr ich mach meine granaten also die nachladegeschwindigkeit von der waffe hier ist extrem lang extrem schnell nicht extrem langsam ich möchte ganz kurz was gucken was ist das für eine pistole bitte ich bin doch so neugierig ich kann doch nicht warten und was ist für eine pistole das weiß ich noch nicht eine schrotpistole quasi sie hat ein ein siebenmal waffenkisten zwei automaten dazu da gleich geht es aber rund oder nachher das ist der nachfolgende treffer folgetreffer halten von was wenn du mit einer Pistole schießt schuss nachfolgetreffer ist der nächste schuss würde ich jetzt mal behaupten klingt einleuchtend na ja ausklicken wollte nicht auf shotgun okay also wir scheinen der kammer echt nah zu sein gerade ja oder irgendwas anderem zumindest ein bossfight ja er meinte gerade hier an dem waffenautomaten ähm ähm wer weiß was dich in der kammer erwartet sie zu dass du gut bewaffnet bist das sagen sie ja immer das sagen wir immer irgendwelchen dummen scheiß so äh seid ihr da nein ja ja du lässt wie immer auf sich warten du leuchtest so komisch rot steht da schon wieder einer neben mir oder was ja der dicke fleischberg da steht in der kiste benutzt mal ballast ja können wir warten bis er unterwegs ja das war irgendwie klar oder ja alter das war die schrot echt ja meister mcleod haa haa kratzen bitte ja ich komme friss handvolle waffe das war die waffe dabei hat ja das war das war easy peasy aber meine neue Waffe ist der Hammer ey die 1 0 1 0 1 kennen 0 1 0 0 1 1 1 1 alles das ist im Übrigen die Neuwaffenart das ist eine iridierende wenn sie dir nicht gefällt kannst du dir abgeben aber das sieht man die auf jeden Fall gesehen hat ich denke ich hab da nicht mal um die Führung ach so lange haben wir nicht für weiß ich nicht schon mal ja ich brauche Muni aber ich habe unendlich davon okay die fliegt unglaublich langsam aber sie ist durchdringend die erschöpft aufladen ach und dann muss man warten also man hat hier eine Wartezeit praktisch für die Muni doch die gefällt mir ja dann nimm die doch mit vor allem die hat auch Sniper so dann einmal hier durch so ein Ding möchte ich als MG haben tja und zack hat sich mein Spiel aufgehangen super ja dann tüdelü bis gleich ne und so ne und so und so das Licht das macht den Spiel plus auch kaputt übrigens so hi Leute da sind wir wieder nach einem äh kleinen Absturz wie immer kennt man ja nicht anders von dem Spiel hier und da machen wir weiter wir haben das jetzt nochmal nachspielen müssen ein paar Sachen waren halt nicht gespeichert deswegen musste ich das so muss mir das jetzt nochmal machen und die Waffe sieht ein bisschen anders aus ja also war es nicht so wild also genau was soll's ist kein großer Unterschied ist halt alles was ist ein schwieriger Unterschied Scheiße ihr seid solche Kacknoobs hab ich so ne Mistwaffe Ballast da ist ein Schild für dich drin mit 430 ja was hat der für einen Zusatzeffekt äh langsame Gesundheitsregeneration ah dann ist er wirklich gut für mich du hast hätte ich auch gerne ich seh schon den ersten Laser oh es piepst gefährlich hier gibt's ein schönes Ding für nen Berserker und zwar mit 32% maximale Gesundheit aufs Team ja im Moment hab ich drin 48% für mich und drei Skills werden verbessert und Schildkapazität wird erhöht ja aber das Team ist halt auch schon geil irgendwie ne also ich weiß nicht war das ganze ein Stück vorgehen sonst kommt ich hier nicht durch ja auch ein bisschen bam bam kein Führer besorgen das ist gegen die Land hier also auf engen Räumen ist die Waffe scheiße aber ich muss sagen das hier gefällt mir gerade richtig richtig gut wo müssen wir überhaupt längs? ja da irgendwo geradeaus durch müssen wir vielleicht die Sachen alle kaputt schießen ist ja schon passiert was gab's hier für Waffen? ich bin gelevelt kann man wieder Clappies annehmen Claptraps aber jede Menge Claptraps die kann man nix annehmen oder? doch hier Reparatur-Kit alles klar dann müssen wir da hin wo ich gerade bin ich kann nicht aufgeben das hab ich aufgehoben ne Schild mit 5-17 ich zeige 3 Euro nur mal das wär geil ich bin bitte ja kann man na Feil halt Achtung, da steht auch noch einer. Ach, den suche ich gerade. Da ist auch das Reparatur-Kit. Hab ihm an den Rücken geschossen. So, ich habe das Reparatur-Kit eingesammelt. Quatsch. Da ist eine Waffen-Kiste drin. Das macht Clappy bestimmt gleich auf. Oh, wie kommen wir jetzt wieder hoch? Da ist eine Treppe. Wo? Hier hinten. Da ist die Treppe. Da ist etwas Neues mit drauf kommen. Dass da eine Treppe ist? Ja. Ja, das weiß nicht jeder, ne? Jo. Das ist ein ganzer Haufen Clapp-Craps. Hallo, Pender! Inventar-Upgrade. Mach irgendwas auf? Sagt er was? Oh ja, nun! Ha! Irgendwo führt er uns hin. Hier geht eine Tür auf. Hier geht eine Tür auf. Und öffne dich! Hier unten ist wieder was für die Sirene. Oh cool, 48 damage. Meins jetzt macht 44. Ist die noch was, oder ist das nicht? Achso, ich muss Level 34 haben. Alles klar. So, hier ist nochmal eine andere Tür jetzt offen. Ein bisschen verwirrend hier. Kann ich was aufmachen? Mal gucken, ne? So. Kann ich schon wieder was benutzen? Da ist ein Gegner. Tennis gefunden. Oh. Wer von euch hat Tennis gefunden? Ich weiß es nicht. Ich hab ein Medikind entdeckt. Hey. Das ist der falsche Raum. Das ist großartig. Das sieht so nach Arbeitszimmer alles hier aus. Okay. So, Fehler. Aua. Oh, wer oder was hat er geschossen? Klöch hier unten. Ich hab Tennis gefunden. Ich hab Tennis gefunden. Aha. Du Bitch. Du bist die Böse. Wir erschießen dich am besten gleich. Jetzt und hier. Okay. Geht nicht. Sie ist ein wichtiger NPC. Wir gönnen sie nicht schütten. Dann sprechen wir mal mit ihr. Hallo. Ja, sprechen wir mal mit ihr. Hallo. Ja, sprechen wir mal mit ihr. Hallo Echo. Bla bla bla. So. Hier voll wichtig. Und neues Artefakt. Echt? Stimmt. Hab ich schon. Das könnte ein Stufe 3 Ding sein, ne? Ja. Ist ein Stufe 3 Teil. Ach du Schande. Alles gut. Drei. Zeit für mein Revolver. Weg sein. Danke. Der Revolver ist höchst ispektiv gegen diese Dinger. Es wird schon besser. Hier ist so ein grüner Säurevogel in der Decke, der am rumbacken ist. Das ist meine. Wir müssen hier lang. Zu mir, Leute. Müssen wir wieder irgendwen kaputt haben? Na, das ist die Konsole. So, wir müssen an der Echo-Konsole spielen. Ja. Verteil mal den Echo. Okay, spielen wir an der Echo-Konsole. Ich hoffe, die haben Pac-Man drauf. Ja. Scheiße, Pac-Man ist nicht. Hallo? Die haben nur Pong. Hallo? 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 Die haben hier echt nur Pong. Das ist doch scheiße. Oh. Jetzt müssen wir bestimmt mit diesem Fahrschule hochfahren. Nein? Doch nicht. Das kommt später. Jetzt müssen wir erstmal irgendwelche Anzeigen abschaffen. Dazu müssen wir das Gebiet verlassen. Die Runde überleben müssen wir jetzt. Oh. Schicke Autos. Ja. Okay, das Tor geht auf. Habt ihr wirklich richtig? Alter, was? Oh, Alter. Oh, Alter. Oh, Alter. Oh, Alter. Ah. Das will ich haben. Los hoch! Kann ich was haben? Das Medipack wollte ich eigentlich haben. Ich hab aber alles andere als erstes aufgehoben Ähm, Vorsicht mit dem Tank Ja, schieß doch nicht nur weiter drauf Warum stehen alle zu nah dran? Jetzt nicht mehr Ich hab hier noch ne Waffenkiste gefunden Scheiße, sieh dir das an Oh, hier ist ein epischer Revolver mit 192 Feinde in Brand stecken Noch ne Revolver mit 137 Ich nehm den 151er Sucht euch mal was aus Ich hab hier nen geilen Revolver Ach, da nehm ich halt auch mal nen Revolver mit Jetzt recke ich übrigens auch live, weil ich meine Spezialfähigkeit bin Ich recke live normal Ich mein, ich recke gar nicht So Freiheit Genau Leute, ich spiel zwar nur absolut ungern den Spielverderber Aber Nein, wir sind doch bald durch Ich weiß Okay, das heißt dann Das war's für heute erstmal Das ist doch herstliche Viecher Na, das sind die Wächterviecher haben wir schon mal Ich will gerne nur mal eben sehen Das ist das Schauen wir mal eben Und ich würde sagen Wir sehen uns in der nächsten Aufnahme von Borderlands Bis dahin, Leute Jetzt hab ich ja noch meinen Einsatz gepasst Entschuldigung Ja, ist okay Ciao Tschüss Bis dahin, Leute Tschüss Tschüss